Auch in diesen Tagen werden in Deutschland Soldaten zum Truppenarzt befohlen, um sich den vermeintlichen Wirkstoff gegen Covid-19 verabreichen zu lassen. Dafür werden sogar Vorbereitungen getroffen. So wird extra ein Impfarzt organisiert und kurzzeitig von allen anderen Aufgaben befreit. Das Personal im Sanitätsbereich ist vorbereitet, die notwendigen Unterlagen liegen schon für Vervollständigung und Unterschrift bereit. Der betroffene Soldat wird selbstverständlich erst kurz vor der geplanten Aktion vom Vorgesetzten zum Arzt kommandiert. Nicht, dass er vorher noch krank wird und gar nicht in der Kaserne ist. Und dann geschieht das Unerwartete. Der Soldat besteht auf eine Aufklärung. Einfach so genügt ihm das Aufklärungsblatt nicht. Er besteht auf ein persönliches Gespräch mit dem Truppenarzt. Selbstbewusst und pflichtschuldigst kommt dieser dem Gesprächswunsch nach und beginnt über die Wirkungsweise zu erzählen. Blöd nur, dass der Truppenarzt erklärt, bei diesem Wirkstoff würden keine Nanopartikel verwendet, damit die ModRNA in die Zellen gelangt, sondern einfache Hühnerei weiß, woraufhin sich der Soldat belogen fühlt. Und dann kann der Soldat auch noch die vom Verteidigungsministerium selbst offengelegten Infektionszahlen über die Jahre 2020 bis 2022 benennen, aus denen sehr zum Leidwesen des Arztes nicht abgeleitet werden kann, dass diese in irgendeiner Form durch die Wirkstoffgabe reduziert worden wären. Ganz im Gegenteil. Und so fragt der Soldat nach, wie das in Einklang zu bringen ist mit dem § 17a Soldatengesetz, in dem festgelegt ist, dass ärztliche Maßnahmen gegen den Soldatenwillen nur dann zu dulden sind, wenn sie der Verhütung oder Bekämpfung übertragbarer Krankheiten dienen. Schließlich wird die ganze Sache so richtig unangenehm für den Truppenarzt, als der Soldat um eine Niederschrift der individuellen Impfaufklärung bittet. Der Arzt beginnt also zu schreiben, während er immer weiter verzweifelt versucht, den Soldaten vom Nutzen und der Ungefährlichkeit des Corona-Impfstoffes zu überzeugen. Irgendwann verliert er die Kontenanz, schreit den Soldaten an und wirft ihn schließlich, ohne den Impfbefehl erteilt zu haben, aus dem Sanitätszentrum hinaus. Und auf unerklärliche Weise, denn die Datenschutzbestimmungen gelten ja nun auch bei der Bundeswehr wieder, erfährt der Disziplinarvorgesetzte wenige Minuten später von dem noch immer unvollständigen Impfstatus seines Untergebenen hinsichtlich Covid-19 und spricht ein Uniformtrageverbot gleich einem Dienstausübungsverbot aus. Selbstredend geht so eine Maßnahme mit empfindlichen Geldentbußen einher. Doch was wird dem Soldaten hier eigentlich vorgeworfen? Welche Dienstpflichtverletzung? Jeder Soldat ist zur eigenen Gesunderhaltung verpflichtet. Das heißt, er muss alles vermeiden, was seine Dienstauglichkeit sichtlich negativ beeinflussen könnte. Das Verteidigungsministerium hatte im September 2023 öffentlich erklärt, dass es keine eigenen Daten hat, die einen Schutz vor Krankheitsübertragung des SARS-CoV-2-Virus durch die Covid-19-Impfung belegen. Im Gegenteil, im Oktober desselben Jahres musste das Verteidigungsministerium sogar zugeben, dass seit Einführung dieser Impfpflicht zumindest nach eigener Definition deutlich mehr Soldaten an Corona erkrankten als zuvor. Denn bis Ende 2021 waren knapp 10.000 Soldaten positiv getestet worden. Ende 2022 waren es bereits knapp 93.000. Am 30. Januar 2024 wurde schließlich öffentlich, dass keine Daten zur Fremdschutzherstellung durch die Covid-19-Impfstoffe bei Bundeswehrsoldaten existieren. Da ist es ja fast schon folgerichtig, dass im Februar 2024 der Dienstherr erklären musste, dass er nicht belegen kann, inwieweit dieser Wirkstoff bei den Soldaten schwere Krankheitsverläufe oder Todesfälle verhindert hat. Fassen wir zusammen. Ein Soldat soll durch psychischen Druck dazu gebracht werden, sich den Covid-19-Impfstoff verabreichen zu lassen. Der Dienstherr, der dies wünscht, kann aber keinerlei Nutzen belegen, sondern gibt im Gegenteil notgedrungen zu, dass dies eher schädlich sein könnte. Es lässt sich nicht erkennen, an welcher Stelle der Soldat seinen Dienstpflichten hier nicht nachgekommen sein soll. Eher sehen wir hier ein unlauteres Vorgehen durch Vorgesetzte und Sanitätspersonal. Und noch etwas fällt auf. Nämlich, dass es der deutschen Bevölkerung völlig egal zu sein scheint, wenn 180.000 Bundesbürger zu einer Teilnahme an einem medizinischen Experiment gezwungen werden, das hinterher noch nicht einmal anständig ausgewertet wird. Laut dem Bundesverwaltungsgericht, genauer dem Ersten Wehrdienstsenat, sind Bundeswehrsoldaten sogar niedriger gestellt als Gefangene. Denn insbesondere Insassen in Haftanstalten dürften gemäß dem internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte nicht ohne freiwillige Zustimmung medizinischen Versuchen unterworfen werden. Bundeswehrsoldaten hingegen sehr wohl. Denn es wird einfach ignoriert, dass diese Wirkstoffe bei Einführung der Impfpflicht noch immer experimentellen Charakter hatten. Das Ergebnis sehen wir heute. Es leiden sehr viel mehr Menschen an drastischen Nebenwirkungen von Herz- und Autoimmunerkrankungen bis hin zum Tod, als es bei jedem anderen Impfstoff der Fall ist, welcher über Jahre geprüft und getestet wurde, bevor er für Soldaten verpflichtend wurde. Vielleicht finden Leitmedien und Bevölkerung mal eine Atempause, in der ruhig über die Frage diskutiert werden kann, ob Soldaten jetzt und in Zukunft weiter zur Teilnahme an medizinischen Experimenten gezwungen werden sollen. Oder ob man so ein Vorgehen in Zukunft ausschließt. Denn jeder Soldat spürt Recht und Freiheit des deutschen Volkes tapfer, manchmal sogar mit seinem Leben zu verteidigen. Nicht jedoch, aufgrund eines politischen und medial verbreiteten Willens sein Leben und seine Gesundheit für ein unausgegorenes Experiment zur Verfügung zu stellen.